Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der liebes Flamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebte Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der liebes Flamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebte Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der liebes Flamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebte Brot. Liebes Jesulein, ich, dein Kind, komme zu dir. Ich glaube ja ganz fest an dich, dass du mich liebst. Du wirst mich sicher erhören. Du liebst die Hauenskinder sehr. Zuerst will ich dir danken, dass du mir einen lieben Schutzengel gegeben hast. Mit ihm bin ich zu dir gekommen. Bitte, lieber Schutzengel, bleib immer bei mir und beschütze mich. Und du, mein liebes Jesulein, höre mich an. Ich grüße dich auf den Knien ganz herzlich. Ich liebe dich sehr. Ich bin dein und du bist mein. Ich danke dir für das Leben auf Erden, von wo ich in den so schönen Himmel kommen kann. Oh, du mein Jesulein, erhöre gern die Bitte mein. Bitte sei so lieb. Erhalte mich gesund an Leib und Seele. Hilf mir, dass ich daheim fromm lebe und in die Kirche gehe. Hilf mir in der Schule, dass ich gut lerne. Hilf mir so zu sein, dass meine lieben Eltern und meine Geschwister und alle sich mit mir immer freuen können. Ich bitte dich für meine liebe Mutti, für meinen lieben Vater und für meine Geschwister. Gib uns, was wir zum Leben brauchen. Hilf mir, meine Probleme zu lösen. Hilf mir bitte, dass ich so sein werde, wie mich der Vater im Himmel haben will. Hilf mir, liebes Jesulein, dass ich auch deine himmlische Mutter, Maria, noch mehr liebe. Sie ist ja auch meine Mutter, die ich so sehr liebe, weil sie immer so lieb ist. Jesus Maria, ich liebe dich. Rettet Seelen. Will ich oft und gerne beten. Bitte, liebes Jesulein, führe auch die armen Seelen in den wunderbaren Himmel hinein. Dort werden wir einmal alle ganz glücklich und froh sein. Dort oben erwartet uns eine ewige Jugend. Wie herrlich und wie schön, wie wunderbar. Nun danke ich nochmals für alles. Und dich, meine liebe himmlische Mutter, bitte ich jetzt. Beschütze mit Jesus mich und alle Menschen auf Erden. Maria, mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Dass du dem lieben Gott und der Himmel eine besondere Liebe erweisen willst, so kannst du am Schluss der Novene wie ein Großer. Vater und Sattel, du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in der Zeit. Amen. Jesus und Maria, ganz euch soll gehören, mein Lieben. So werde ich haben, den himmlischen Segen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria, mit dem Kind der Liebe. Und allen deinen Segen gib. Im Namen des Vortus und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache, der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache, der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache, der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Brot. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Erschaffer von Himmel und Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren durch die Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich der Hölle, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters, von dort, wo der Kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Nachlass der Sünden, Auferstehung des Fleisches und das ewige Leben. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, Beflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Abstirbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast, den du, o Jungfrau, zu Bethlehem in einem Stall geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, beflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Bethlehem, Jesus, den du, o Jungfrau, in Windeln gewickelt und in die Krippe gelegt hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. den du, o Jungfrau, den Hürden und Weisen zur Anbetung gezeigt hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns die schmerzliche Beschneidung erduldet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der von Herodes zu töten gesucht worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit, mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns im Tempel aufgeopfert wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der mit dir und dem heiligen Josef nach Ägypten geflohen ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus, der in Nazareth ein verborgenes Leben geführt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus. der dir und dem heiligen Josef untertan war. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus, der als Kind im Tempel gelehrt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus, der alle Zeit den Willen des himmlischen Vaters erfüllt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 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 Jesus Christus Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kindelieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.